So, und das sind wir wieder. Moment, jetzt sind wir wieder da. So, mit dem Lied von Alberto. Die Ecke wird nicht zu eng für den einen da. Und der auch nicht. Also, wir haben kein Problem hier. So, weiter geht's. Heute kommt unser Däschlein dran. Äh, mehr Holz brauchen wir, ne? So, und wir müssen auch noch Wolle suchen, damit wir uns noch Schicks bekommen können. Klar. Es wird dunkel. Ich würde sagen, wir suchen erstmal die Wolle. So. Schöne Musik. Wer es auch im YouTube sehen möchte, einfach Alberto eingeben, und dann müsste es schon kommen. So, wollen wir mal gucken. Und vielleicht kommt auch noch der Roboter Song. Oh, das fällt mir auch. Und nicht, dass ich mein Haus ja noch verliere. Was wird mit der Dunkelmensch? Und, äh, wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Da gibt's auch wenige Schafe. Äh, ja. Cool, brauche ich nicht. Da ist ne Huhn. Ein Schwein. Huhn. Ne, doch. Huhn. Ich hab grad ne Ente. So. Hey. Ach, wisst ihr, dann muss ich halt mein Pa... Ja, mein Dach jetzt weiter bauen. Ich muss doch mal wegen Schafen gucken. Boah. Boah. Ist aber auch richtig dunkel immer. So. Ich wollte... Ah, jetzt einfach hier rein. Na. Na. Hast du noch Holz? Ach, ne, ne, ne. Wir können noch ein bisschen Holz gekriegen. So. So. Was? So, Moment. Ich will's doch mal hören. So. Wie geht das eigentlich nicht? Ja, schon mal geht das nicht. Komm, weiter. So, äh. So, Dachlein bauen. Aber irgendwann wird's eh hell sein, weil ich ja diese ganzen Fackeln hab. Also. Ihr müsst jetzt leider nur die ersten Parts... Also ihr müsst jetzt nur die ersten Parts ertragen. So. Ja. 3, 4, 5, 6, 7. Oh. So, gute Zahl. Und? Leute, schönes Wetter. Haha. So, weiter. Äh. Äh. Es ist... 10, 94, 3. Das ist... Und jetzt muss ich noch... E.O.W. Let's play mal von Minecraft. Du gefällt mir das, wenn man so weiteres machen kann. So. Wie geht das hier noch? Ah, okay. Äh. Ja. 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 Hey. So, jetzt ist schon wieder Java abgekackt. Boah. Ich dachte jetzt selber fast nix, ey. Leute, tut mir leid. Aber bald haben wir ja. Facken. Muss man mal auch bald machen. So, das ist jetzt Part 4. Aber in diesem Part mache ich Zombie-Dings an. So. Oh. Oh. Ah. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Ey. Hööße. Weg damit. Ja. 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 Moment, ich will mein nächstes Blied anmachen. So. Weiter geht's. Und... Klatsch. 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 Wow, ist das dunkel. Äh, wo ist die Tür? Äh. Ja. Komm. Ihr leidet also mit mir. Das ist also nix Schlimmes. So. Ich geh noch ein bisschen Holz jetzt sammeln. Wird ich? Nein. Boah. Ich erkenn nix mehr. Es ist halt nicht der einzige jetzt. Aber das ist mehr jetzt wegen der Sonne hier. Boah. Der Moment. Boah. So, ja. Komm her. Ich brauch noch mehr Stangen. Hey. So, warte. Jetzt machen wir Spitzhacke. Machen mal drei Stück. So, dann gehen wir gleich mal ein bisschen wie ein paar Zwerge abbauen. So, später machen wir dann noch den Boden. Jetzt brauchen wir erstmal Stein. Wir müssen doch gucken wo der Stein ist. Hey. Falsch. So. 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 Die Stahl machen wir gleich Ist ja jetzt alles so auf der Erde Oh, es ist sehr richtig dunkel Aber bald haben wir ja facken, wenn wir ja noch bisschen Kohle flüchten So, nächstes Lied, oder? Mal gucken, Moment Drei Minuten Na warte, dann würde ich sagen, beende ich erstmal diesen Part hier Und wir sehen uns später wieder